Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsbörger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht um unsere, ja auch neue, beste Freundin Alina Schulte-Imhoff. Ihr kriegt es ja zuhauf auf diesem Kanal mit. Ja, das Hin und Her zwischen Julian Ziedlow und ihr, das große Drama, was vor einem Jahr saß nach der perfekten Ehe- und Lebensgeschichte aus. Beide haben sich zusammen ein Imperium mit Rocker Nutrition, dem Zehn-Wochen-Programm, aufgebaut. Aber man muss auch sagen, das Zugpferd nach außen hin war immer Julian Ziedlow. Und ein Großteil der Community war wegen Julian Ziedlow natürlich auf die beiden aufmerksam geworden. Und man merkt, es dreht sich so ein wenig der Wind für Alina Schulte-Imhoff. Es gibt immer bösere Nachrichten unter ihren Postings. Und ich dachte, das wäre mal ein eigenes Video wert. Und auch sehr interessant für euch. Hier zeigt sie nämlich den Schrieb vom Notar, dass sie jetzt die alleinige Geschäftsführerin Front Rocker ist. Und ist da ganz stolz drauf. Das hat auch sehr viele Likes bekommen, fast 80.000 Likes. Aber seit zwei Tagen, wo Julian Ziedlow damit angefangen hat, gegen sie zu wettern, dreht sich das hier so ein bisschen. Und es gibt einige Top-Comments, die haben es in sich. Und ich dachte, ich gebe so ein paar Stimmen mit euch durch und so ein paar Gerüchte, die da auch gestreut werden. Und ihr könnt gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Wenn ihr Gossip dieser Art gerne mögt oder mich gerne sammeln hören mögt und dabei entspannt, dann freue ich mich, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst. Ich bleibe natürlich bei sämtlichen Gossip dran, auch in diesem Fall. Und der erste, ja, bösere Kommentar war, von Ehremann fast 3.000 Likes nach zwei Tagen. Gratulation, nichts geleistet, nur ein Mann terrorisiert und schon ist man reich. Kannst stolz sein auf dich. Ja, harte Worte. Dann geht der Nächste in dieselbe Richtung. Wenn alle Masken fallen, dann sind wir gespannt, was die Tage noch so alles über Miss Orbees positiv ans Licht kommt. Zu vermuten war es immer, auch zweieinhalbtausend Likes. Also, heftig, ja. Also viele verirren sich jetzt auf ihr Profil, um da ihren Unmut zu schreiben. Dann geht es hier weiter. Miss Sonnenschein, innerpositiv und alles ist supi. Fast sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten, da sind einige Tippfehler dabei. Erzähl mal von deiner Abtreibung von einem anderen Mann im Dezember. Das sind jetzt hier Gerüchte, davon weiß ich jetzt nichts. Finde ich jetzt hier auch schon relativ krass, dass es 300 Likes hat. Quelle, ja, müsste man jetzt hier, aber es hat sehr viele Likes bekommen. Jetzt wird es richtig dreckig. Ich schreibe mir, also, wie gesagt, davon weiß ich nichts. Ich finde das aber relativ heftig, dass es 300 Likes hat. Die Gerüchteküche, ich kriege übrigens auch so viele Gerüchte zugeschickt, wo ich halt nichts zu sage. Aber wenn es jetzt hier offensichtlich steht und auch nicht gelöscht wurde, dann trage ich es halt vor, was hier so an bösen Nachrichten kommt. Lass den Julian mal sein, wie er ist. Aber wenn die Kinder es sich wünschen, den Papa zu sehen, dann soll das auch dein Ziel sein, absolut asozial von dir. Und ja, ich habe das auch kritisiert, dass sie jetzt da ihm die Kinder nicht sehen lässt. Wie gesagt, er ist ja auch gar nicht so häufig in Berlin. Ich glaube, da könnte man Mittel und Wege finden. Aber anscheinend sieht das jetzt nach Drama aus. Für uns sehr unterhaltsam, für die Kinder allerdings sehr, sehr blöd. Und für die beiden am Ende auch, würde ich sagen. Alles, was ihr braucht, sind ein paar Tränen und ihr wechselt die Seite. So wie er sich benimmt, würde ich meine Kinder ausschützen. Es gibt aber auch die Seite, hat auch immerhin 1.500 Likes. Dann geht es weiter. Lass mich mal zusammenzählen. Julian überlässt dir komplett rocker. Du bleibst in dem Riesenhaus wohnen. Also das sind jetzt die offensichtlichen Dinge, die wir jetzt sehen. Ja, muss ich auch mitgehen. Und als Dank verklagst du ihn noch auf 100.000 Euro. Ja, weiß man natürlich nicht die Gründe. Sie äußert sich ja nicht, was mittlerweile schon fast ein Fehler ist, nachdem er so raushaut. Würde ich mich an ihrer Stelle auch mal äußern. Wow, das zeigt eigentlich komplett, dass Julian recht hat. Ja, und da gibt es immer mehr Leute. Jetzt geht es hier weiter. Julian steht vor eurem Haus und ist den Tränen nah, weil er seine Kinder wie abgemacht nicht sehen kann und nicht ins Haus kommt. Nur weil du unterwegs bist, jetzt kommt dein wahres Gesicht ans Licht. Das hat auch 1.600 Likes. Nur weil du unterwegs bist, jetzt kommt dein wahres Gesicht ans Licht, bis die Anwälte ein Umgangsrecht verhandelt haben. Dauert es ewig total unverschämt so was. Selbst Frauen, die ja auch sich äußern. Ab jetzt werde ich nichts mehr von Rocker kaufen. Hat auch 640 Likes und das sind ja potenzielle Kunden. Also das geht jetzt alles nach hinten los für sie. Das muss man mal so deutlich sagen. Sowas Berechnendes werde ich nicht unterstützen, solange sie die Firma noch inne hat oder noch nicht hatte. So nicht. War Julian gut genug und konnte seine Kinder sehen. Das kommt mir auch so vor, weil vor zwei Wochen konnte er sie ja noch sehen und da war ja noch alles so halbwegs ruhig. Und jetzt, wo er sich alles gekreilt hat, darf er seine Kinder nicht mehr sehen und nicht mehr ins Haus. Das zeigt ihren wahren Charakter und leider absolut kein gutes Vorbild für die Kinder. Ohne ihn wäre sie nichts. Ja, harte Worte, aber man muss wirklich sagen, er war das Zugpferd. Da bin ich auch ganz ehrlich, auch wenn ihr das jetzt nicht hören mögt, ich glaube nicht, dass sie den Luxus hätte ohne ihn. Andererseits könnte man das aber auch von ihm behaupten, weil sie, glaube ich, hinter den Kulissen auch die letzten Jahre sehr viel geleistet hat. Ohm, sie, wenn Alina so materiell geil gewesen wäre, was ist denn mit seiner neuen Perle, den Luxushotels und so weiter, nach dem Ganzen, was er öffentlich gebracht hat. Wer weiß, was hinter den Kulissen abgeht. Das sind auch nochmal vernünftige Worte. Man muss auch mal beide Seiten beäugen. Ich glaube, die Alina hat genug Sorgen, dass man jetzt vor allem nicht unberechtigt sie beschimpfen kann, weil sie ihre Kinder beschützen will. Welche Mutter würde das nicht machen, wenn man nicht mal mehr erahnen kann, wozu ein Mensch alles fähig ist? Die letzten Wochen war es doch der reinste Zirkus oder Zirkusshow auf seinem Profil. Da hat sie jetzt nicht ganz unrecht. Jetzt flennt der Eimer und alles ist vergessen. Nee, sorry. Ich glaube, Alina ist sehr verantwortungsbewusst und wird schon wissen, was das Richtige ist. Hat 150 Likes immerhin. Ja, dann lasst die Frau in Ruhe. Gibt es hier noch so einen Top-Command. Alinas Fassade bröckelt auch 1600 Likes. Ich werde immer mehr Team Julian. Auch wenn Julian durchdreht, hat er, was Alina angeht, zu 100% recht. Kontrollzwang, ein bisschen shoppen und ein Lächeln aufsetzen. Innerlich schreit ihr inneres Kind. Jetzt droht sie ihm auch, die Kinder nicht sehen zu können, weil er entlarvt hat, dass sie den Prozess nicht gewonnen, sondern er ihr die Firma freiwillig überlassen hat. Alina, die letzten Jahre waren alle fake. Wieso kannst du nicht aufhören, alles bunt zu sehen und ein bisschen mehr Autodensität mit reinbringen? Man kann es noch mehr ernst nehmen. Hat auch 1600 Likes. Ist vor drei Tagen erschienen. Also wie gesagt, das ist wirklich bei ihr unfassbar in den Kommentaren. Hat sehr viele Likes. Abbekommen bei den Top-Comments, wo es gegen sie gezielt geht. Und ich finde es auch nicht cool, dass das jetzt auf Kosten der Kinder ausgetragen wird. Klar soll sie ihre Kinder schützen. Das ist ihr gutes Recht. Und das ist auch ihre Pflicht als Mutter. Aber es wirkt jetzt schon alles ziemlich berechnend und eklig. Weil wenn er wirklich, sollte es so sein, ihr die Firma überlassen hat und auch gesagt hat, Mensch, bleib im Haus. Die Kinder sollen es gut haben. Ja, keine Ahnung, wie er jetzt auch drauf war. Sprechen ja auch so ein paar Punkte für ihn. Bei allem Übel, was er öffentlich auch so getan hat, auch was er jetzt so teilweise rausposaunt, ist natürlich unter der Gürtellinie zum Teil. Wie er auch über die Familie von Alina spricht und über sie. Das ist natürlich auch sehr unschön. Aber es zeigt so ein bisschen, und das kommt sehr authentisch von ihm rüber, dass sie da auch nicht so ganz koscher ist. Das ist jetzt so meine insgesamte Meinung bislang. Aber wie gesagt, das kann sich jeden Tag auch ändern. Vielleicht kommt von ihr auch noch mal die große Abrechnung. Ihr werdet es hier erfahren. Lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, wenn ihr mehr Gossip dieser Art mögt und liebt. Und vielleicht wollt ihr ja noch mal einen zweiten Teil haben. Ich denke, hier gibt es noch sehr, sehr viele Kommentare, die vielleicht in den nächsten Tagen auch noch interessant sind, die mal vorzutragen. Wie gesagt, hier gibt es einige Gerüchte. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber die Topcom sprechen eine deutliche Sprache. Das soll es dann für heute gewesen sein. Lasst für mehr, wie gesagt, gerne ein kostenloses Abo da. Schaut gerne das letzte Video, wo ihr auch komplett wegen ihr am Boden ist und weint. Das hat es auch in sich. Und ansonsten wird es hier die Tage weitere Videos geben. Bis dann und ciao, ciao.